spontan und direkt schön dass du wieder kurz hinein hörst in diesen mini clip eine frage die ich auch immer wieder gestellt bekomme ist theorie oder praxis also theorie war für mich nie selbstzweck auch nicht in meiner zeit als wissenschaftlerin sie ist auch nicht selbstzweck sondern sie ist einfach ein gedankliches gerüst und das hilft und so lange bis uns die praxis demonstriert dass es wieder zu überarbeiten ist praxis alleine ja das ist lernen bei doing das kann man natürlich auch machen aber vielleicht bin ich bequem und sagt wenn er gute theorie habe und die dann anwende und in einem wechselspiel immer wieder korrigiere und erweitere und nachschärfe dann hilft es mir ja auch im praktischen im alltag also es geht wieder beides